Warum hast du so lange gebraucht? Ich komme nicht mit. Was? Gehen wir nicht auf den Jammer? Ich kann nicht. Mein Vater lässt mich nicht. Warum? Weil ich Silvan Olasko nicht heiraten will. Also das ist es. Es hört nicht auf. Aber hast du es ihm noch nicht gesagt? Was soll ich ihm sagen? Dass ich dich liebe? Das weiß er schon. Und das ist es, was mir Angst macht. Du musst vor gar nichts Angst haben. Doch das muss ich, Salvador. Heute Nachmittag habe ich ihn mit diesen Typen sprechen hören, die er immer um sich herum hat. Dass sie dich suchen wollen auf dem Jahrmarkt. Wegen etwas sehr Persönlichem. Sie haben sich totgelacht. Diese Jungs können mir nichts anhaben. Und wenn er es erfährt? Eines Tages muss er es erfahren. Er wäre in der Lage, uns beide zu töten. Es ist leichter, etwas zu sagen, als es umzusetzen. Er weiß, dass ich mich verteidigen kann. Aber er ist mein Vater. Ja, aber es sieht nicht danach aus, so wie er dich behandelt. Schau, uns bleibt nur eine Möglichkeit. Flucht. Flucht? Ja, ich habe viel darüber nachgedacht. Aber jetzt denke ich eher, dass du besser. Aber es ist... Wir sollten sie genießen, diese Festtage. Ich bereite alles vor und lasse es dich wissen. Bist du einverstanden? 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 Ist er dein Schwiegersohn? Salvador ist nicht mein Schwiegersohn, also... Ja, schon klar, schon klar. Ich lüge sie nicht an, es ist die Wahrheit. Ich hab ihn aufgezogen. Seit er erschossen wurde, der alte Perez Gomez. Aber das ist lange her. Jetzt will ich den Jungen sehen. Wo ist er? Wer weiß das schon, General? Wenn Sie wollen, hinterlassen Sie eine Nachricht. Ich geb's ihm, wenn er zurückkommt. Nein, Radia. Ich muss es ihm selbst sagen. Und zwar persönlich. Carlios, ich muss mal los. Gleich wieder da. Klar, kein Problem. Guten Abend, Pajarito. Warum so spät, Doktor? Viel zu tun? Viel, Pajarito. Viel. Die Kinder, oder? Ja, die Armen. Sie sind so hilflos und es gibt kaum Mittel, um Ihnen zu helfen. Diese. Entschuldigen Sie, Doktor. Pajarito, hast du Salvador gesehen? Ja, vor einer Stunde ist er zum Relampago. Ist was passiert, Radia? Nein, das ist nichts, Doktor. Könnte was sein. Oder auch nicht. General Carvajal und seine Leute sind auf der Jagd. Du hast wohl Glück im Spiel. Auf mich trifft das Sprichwort nicht zu, General. Ich hab nämlich auch Glück in der Liebe, wissen Sie? Du redest zu viel, Junge. Ich, General? So ist es. Große Klappe, nichts dahinter. Nichts Nutz. Warum sagen Sie das, General? Du versuchst, meine Tochter zu verführen. Ich verführe Ihre Tochter ganz sicher nicht. Schaut euch diesen Playboy an. Nicht nur arrogant, sondern auch ein mieser Lügner. Ich lüge nicht. Ich muss Maria sicher nicht verführen, wenn sie mich bereits liebt. Sieh mal, Salvador Perez Gomez. Ich hab dich den ganzen Tag gesucht, um dir zu sagen, du lässt meine Tochter ein für alle Mal in Ruhe. Oder du wirst es bereuen. Warum? Ich liebe sie wirklich. Du wirst deine dreckigen Pfoten von ihr lassen. Maria ist verlobt mit Silvan Orlasco. Also. Das sagen aber auch nur sie. Wenn ich es ihr sage, dann wird sie ihn heiraten. Sie ehren sich, General. Maria wird heiraten. Aber mich? Eher sterbe ich, als dass sie so ein Nichtsnutz ohne Arbeit heiratet. Nichts außer Karten spielen. Das ist mir egal. Maria heiratet mich oder niemanden. Wir erwarten einen Sohn. Wie kannst du es wagen? Du bist ein toter Mann. Wir sind zu spät. Zu spät? Für General Carvajal und seine Revolverhelden. Kein Zweifel, er hat sich's gut gemerkt, der Junge. Ich hab' ihm beigebracht, so zu schießen. Sie? Ja, Pajarito. Ich war auch mal jung und hatte meine Fähigkeiten. Mein Glück war, dass ich nicht den Mut hatte, abzudrücken, so wie jetzt Salvador. Möge Gott dir verzeihen, was du dem Jungen beigebracht hast. Und möge er meinen Jungen beschützen. Hm. Er war ein guter Schüler. Und schnell wie ein Maschinengewehr. Jalisco, Jalisco, Jalisco. Nob, keine jetzt. Jalisco, Nocte Errache. Me sale del alma gritar con calor. Abrí todo el pecho pa' echar este grito. Qué lindo es Jalisco, palabra de honor. A mujeres, Jalisco primero, lo mismo en los altos que allá en la cañada. Mujeres muy lindas, re chulas de cara, así son las hembras en Guadalajara. En Jalisco se quiere a la buena, porque es peligroso querer a la ampara. Por una morena echar mucha bala, y bajo la luna cantar en chapala. ¡Ay, Jalisco, Nocte Errache! Me sale del alma gritar con calor. Abrí todo el pecho pa' echar este grito. Qué lindo es Jalisco, palabra de honor. Qué lindo es Jalisco, palabra de honor. tus oreos lo norro. Teh, me llaman. Teh, me llaman. Qué lindo es Jalisco,�� llaman. Das Tier hat eine lockere Hufe. Welches Bein? Die hier. Na ja, ich bring das in Ordnung. Ich weiß, es geht mich nichts an, aber kommen Sie von weit her? Aus Lagos. Ah, lange Reise. Vor allem, wenn man dafür nur einen Tag hat. Sie haben auf dem ganzen Weg keine Pause gemacht? Nein. Nicht mal für einen kleinen Drink? Nicht einmal dafür. Meine Güte, rennen Sie vor irgendwas weg? Könnte sein. Trinken Sie erst mal einen kleinen Schluck, um den Schreck zu vertreiben. Das heißt, der Jahrmarkt in Lagos war besser als der in Plakipaki. Beide waren gut. Wie ist es denn gelaufen? Erzählen Sie doch mal. Sehr gut. Die Pesos flossen wie Wasser. Ja, ja. Sie sehen so aus, als hätten Sie keinen einzigen verloren. Seit Santa Monica, es ist ein Jahr her, war ich auf allen Jahrmärkten in Jalisco. Waren Sie auch auf dem Jahrmarkt in Santa Monica? Wo dieser Typ war, den Sie Machine Gun nennen? Ja. Haben Sie ihn getroffen? Ich war dort. Während der Schießerei? Ja. Es heißt, da wurden jede Menge Leute erschossen. So heißt es. Also machen wir weiter. Aber ja. Beeil dich. Ich hab's eilig. Ganz ruhig, mein Freund. Ich bin nicht Ihr Freund. Waren wir dich zusammen auf dem Jahrmarkt von Lagos? Mit diesem Kerl hier? Ja. Zum Spiel. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich Ihr Freund bin. Und auch nicht von ihm. Mach schnell. Hören Sie, vielleicht haben wir es nicht deutlich genug gesagt. Aber wir sind nicht aus Lagos hergekommen, um wieder umzudrehen, ohne dass Sie uns sagen, was wir wissen wollen. Und was soll ich euch sagen? Wie kann es sein, dass ein einziger Mann zwei Leute abzieht? Mit diesen Karten? Nun, wahrscheinlich, weil die beiden dumm sind. Nicht dumm genug, mein Freund, um das Maul zu halten. Und jetzt wollen wir unsere Pesos. Diese Pesos gehören mir. Ich hab sie fair gewonnen. Wenn Sie wollen, bekommen Sie Ihre Revanche. Aber nicht jetzt, weil ich es eilig hab. Du bist ein mieser Feindling. Das kann nicht wahr sein. Er ist uns schon wieder entwischt. Ja, das kann nur Machine Gun gewesen sein. Machine Gun, dachte ich's mir doch. Der ist echt verdammt schnell. Ja, aber bald wird das Spiel dieses Killerspielers vorbei sein. Wir müssen ihn stoppen, Bruder. Und so langsam bekomme ich Zweifel, dass wir das schaffen. Wir sind seit Monaten hinter ihm her. Aber immer wenn wir ihm auf den Fersen sind, entwischt er uns. Wir kriegen ihn anderes. Selbst wenn wir nichts anderes in unserem Leben tun, als ihn zu jagen. Er wird unserem Schwur nicht entkommen. Okay, Beto, er wird nicht entkommen. So wie Sie reden, klingt es, als hätten Sie mit diesem Kerl Machine Gun auch noch eine Rechnung offen. Ja, ein paar. Und ziemlich große, aber er wird sie bezahlen. Ich weiß, ich sollte mich da raushalten. Aber darf ich Sie um einen Gefallen bitten? Was für einen, mein Freund? Für den Fall, dass Sie diese Schulden jemals eintreiben, wissen Sie? Sag schon, sag was du willst. Na ja, ich wüsste gern, wer einen Mann töten könnte, von dem man sagt... Raus mit der Sprache. Von dem man sagt, dass es noch niemand geschafft hat, ihm auch nur ein Haar zu krömen. Wir sind die Söhne von General Carvajal. Ich bin ein Haar zu sein. Ich kann mich, die Mörder zu suchen, ohne mich zu sehen. Woher ich gehe? Keine Wunderschöne. Deshalb bin ich in meinem Leben. Guten Morgen. Entschuldigen Sie, mein Freund. Könnte ich hier ein bisschen Futter für mein Pferd bekommen? Klar, mache ich persönlich. Ich kann auch bezahlen. Nein, gar kein Problem. Und Sie? Wollen Sie kein Takito? Ich will mich nicht aufdringen, aber eigentlich bin ich ziemlich hungrig. Ich habe seit gestern nichts gegessen. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich besorge Ihnen was Leckeres. Rina? Rina! Was ist schon wieder? Nicht für mich. Wir haben einen Gast. Schau mal, ob du was Warmes für ihn hast. Er sagt, er stirbt vor Hunger. Was kann ich für Sie tun, mein Herr? Ich habe nur gesagt, dass ich ein bisschen Hunger habe, Rina. Ist das Ihr Name? Ja, Senior. Ich glaube, Sie nennen sie so, weil Sie wie eine Königin aussehen. Eine sehr hübsche Königin. Vielen Dank. Rina Ramirez zu Ihren Diensten. Hör mal, wenn du dem Herren helfen willst, dann koch ihm lieber was Leckeres. Währenddessen kümmern wir uns um das Pferd. Verzeihung. Verzeihung. Hübsches Mädchen. Ja, aber sehr lebhaft. Sind Sie Ihr Freund? Ich? Nein. Gott bewahre. Warum fragen Sie? Weil der Mann, der Sie bekommt, sehr viel Glück haben muss. Puh. Glück im Unglück. Sie haben ja gesehen, was für ein Temperament sie hat. Irgendeine Schwachstelle muss sie doch haben. Die zeigt sie nicht. Es kommt nur drauf an, wie man ihr ins Ohr flüstert. Wenn Sie das sagen, so sei es. Hey, Sie klingen wie ein Dichter. Und? Müssen Sie noch weit heute? Nicht wirklich. Nach Santa Monica. Zum Jahrmarkt? Ja. Ah. Das war Maschinengang. Was ist los, Anselmo? Ist es meine Mutter? Was ist mit ihr passiert? Hast du deine Zunge verschluckt? Mach deinen Mund auf! Maschinengang! Salvador Perez Gomez? Genau der, Patron. Er ist im Haus. Er ist mit Juan zu den Stellen. Patron, Ihr Pferd ist fertig. Es ist fast wie neu. Danke, mein Freund. Keine Ursache. Und Reina, Ihre Enchiladas haben sehr gut geschmeckt. So hungrig, wie Sie waren, nehmen Sie das mit für den Weg. Ich hoffe, Sie schmecken Ihnen genauso gut. Mit Sicherheit. Was auch immer diese Hände machen, muss wunderbar schmecken. Sieh einer an. Dieser Fremde ist wirklich höflich, nicht wahr, Reina? Sie sind wirklich sehr freundlich. Wenn selbst der Gutsherr wie seine Diener ist, müssen Sie einen guten Herrn haben. Wer ist der Besitzer? Herr Silver Nolasco. Der Aufpasser? So nennen Sie ihn in Santa Monica, aber der Patron mag es nicht. Ja, deswegen geht er auch nicht mehr in die Stadt. Uh, das ist lange her. Was sagst du da? Wenn der Patron nicht mehr in Santa Monica war, seit General Carvajal ermordet wurde, dann nicht deswegen. Ach so? Warum denn dann sonst? Alle wissen das hier. Außer dir, du Trottel. Also hör mal. Er ist nicht zurückgekehrt, weil seine Verlobte ihn verlassen hat für Machine Gun. Danke. Aber wollen Sie es nicht? Nein, danke. Ich muss los. Wiedersehen. Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Wo ist er? Wer, Patron? Maschine-Gun! Wer? Was heißt wer? Der gerade bei euch war, Juan. Jetzt sag nicht, dass du denkst, dass dieser Fremde gerade Maschine-Gun war. Das denke ich nicht nur, ich bin sicher. Es war Maschine-Gun. Ich habe ihn zu oft gesehen, um ihn nicht wiederzuerkennen. Er war gerade eben noch hier bei dir. Es war Maschine-Gun. Ja, wir müssen ihn kriegen, bevor er die Stadt erreicht. Denn ich habe noch eine Rechnung mit diesem Mann offen. Du, Anselmo! Ja, Patron! Nimm die Abkürzung, und zwar sofort! Du, Juan! Ja? Über den Acker! Luis! Durch den Bach! Jawohl! Wir treffen uns an der Kreuzung, am Camino del Locado. Alles klar, Patron. Sagt der Herrin, sie soll nicht mit dem Essen warten. Ich bin auf der Jagd. Irgendwas gesehen? Nichts, Patron. Und auf dem Weg? Er ist wie vom Erdboden verschluckt. Und wenn er verschluckt wurde? Ich werde ihn finden und ihm meine Kugel verpassen. Er sagt, er will zum Jammerk in Santa Monica. Dann nichts wie hin! Keine Bewegung oder ich schieße! Hände hoch! Silvano Lasco. Ich habe nichts gegen dich. Warum willst du mir das Herz mit deiner Kugel brechen? Weil du ein Dieb bist. Pass auf, was du sagst. Ich habe nie jemandem etwas weggenommen. Du hast mir die weggenommen, die meine Frau werden sollte. Du glaubst also wirklich, Maria wird dich zum Mann nehmen? Nur weil der General es ihr befohlen hat, ohne sie zu fragen, was sie will? Sie hat leider keine andere Wahl, als ihrem Vater zu gehorchen. Und du hast dich schön vor dem Ruin gerettet. Mit den Pesos von General Carvajal. Ja, siehst du, es ist alles bekannt. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass Maria wegen dir nicht meine Frau ist. Du täuscht dich. Sie hatte sich für mich entschieden. Das hätten wir gesehen, wenn du den General nicht getötet hättest. Ich habe ihn nicht getötet. Ich habe mich nur verteidigt. Es war Selbstverteidigung. Es gab viele Zeugen. Und warum die Flucht? Du tötest nur, wenn du einen Vorteil hast. Weil du ein feiger Mörder bist. Wenn ich so ein feiger Mörder wäre, wie du sagst, hätte ich dir schon längst zwischen die Augen geschossen. Aber ich will, dass du verstehst, dass ich nichts gegen dich habe. Also geh lieber und vergiss, was du gesagt hast. Unmöglich. Und merkt dir eins, Salvador Perez Gomez. Entweder tötest du mich jetzt, oder ich töte dich, wo ich dich finde. Also schön, wenn du es so willst. Ihr da! Legt eure Waffen nieder und verschwindet. Das ist eine Sache zwischen mir und eurem Boss. Los! Habt ihr nicht gehört? Nehmt die Waffen runter und haut ab! Jetzt siehst du, dass ich keine Duelle will. Und ich bin fair. Ich hatte es schon mit vielen zu tun, die mich umbringen wollten. Und sie hatten alle eine Chance, weil ich nur in Notwehr geschossen habe. Und es wird jetzt genauso sein. Zieh deine Pistole und schieß, bevor ich es tue. Es wird deine letzte Chance sein. Es ist noch Zeit. Lass uns aufhören. Nein! Einer von uns muss sterben. Auf den Tod! Auf den Tod! Auf den Tod! Ahahahah! 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 A la sangre pretenciosa, que me corre por las venas, he tenido que calmarla cuando menos esta vez, y decirle que es preciso, que se aguante por las buenas, hoy que sufre mi soberbia por amar a esa mujer. Hasta el lago de Chapala, orgulloso por costumbres, ha perdido su bravura cuando supo a mi querer. La alegría de mi Jalisco, que es caliente como lumbres, se ha llenado de tristeza porque me tocó perder. Que lindo es perder, como hoy he perdido, por el gran cariño de aquella mujer. Jalisco perdido, lo digo cantando, lo digo vibrando, ay, por ese querer. Virgencita de Zapopá, tú perdona que me aguante, fue por unos ojos negros que metí en mi corazón. Virgencita de Zapopá, tú perdona que me aguante, fue por unos ojos negros que metí en mi corazón. Virgencita de Zapopá, tú perdona que me aguante, 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 me aguante. Virgencita de Zapopá, tú perdona que me aguante, me aguante, me aguante, me aguante, me aguante. Vielen Dank. Andres. Doña Isabel. Oh, Andres. Mein Sohn. Mein Sohn. Getötet durch eine Kugel in die Stirn. Wieder dieser elende Mörder. Ja. Salvador Perez Gomez. Der Schande und Trauer über deine Familie gebracht. Jetzt bringt er sie über meine. Wir waren hinter ihm her. Ja. 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 Für mich, Doktor, ist das Fest dieses Jahr nicht so schön wie letztes Jahr. Wegen dieser ganzen Schießereien. Das zählt nicht. Es ist wegen allem. Irgendwie fehlt einfach was. Nette Versuch, danke, Pajarito. Das ist mein erster Jahrmarkt, seit ich Präsident der Gemeinde bin. Entschuldigen Sie, ich wollte Sie nicht beleidigen. Mach dir keine Sorgen, das war nur ein Witz. Es ist nicht zum Scherzen. Man sieht, dass Sie wirklich alles gegeben haben. Danke, Pajarito. Du bist der einzige Mensch in Santa Monica, der das so sieht. Das glaube ich nicht, Doktor. Viele Menschen denken so, auch wenn sie es ihnen nicht sagen. Das Fest ist besser als je zuvor. Viele Menschen, nichts passiert bisher, alles friedlich. In anderen Jahren hatten wir um diese Zeit schon mehr als einen Toten. Und alles dank Ihnen. Ich weiß nicht, Mann. Ich will nur die schlechten Angewohnheiten meines Vorgängers nicht wiederholen. Davon rede ich ja, Doktor. Puerto Venegas war auf jeden Fall nur ein Handlanger von General Cabajal. In seiner Zeit sind so viele schreckliche Dinge passiert. Salvador hat Recht getan, diesen General zu erschießen. Niemand hat das Recht, einen anderen zu erschießen. Egal wen oder aus welchem Grund. Aber Salvador hat sich doch nur verteidigt. Das sagen auch die, die dabei gewesen sind. Aber was danach passierte, lässt an diesen Umständen schon Zweifel aufkommen. Jeden Tag erreichen uns Nachrichten über die Heldentaten von Maschinen. Ich habe keine Zweifel. Ich kenne ihn schon lang. Und ich weiß, er ist der tapferste Mann in ganz Ralesko. Hey, jetzt mach mal einen Punkt, ja? Hier gibt's auch andere Männer, die viel tapferer sind als dieser Maschinen-Gun. Das werden wir ja sehen. Na los, bezeugen Sie, was ich jetzt sagen werde. Denn Sie sind, ja, eine Autorität. Sei vorsichtig, was du sagst, Charasquillado. Mach bloß keinen Unsinn an den letzten Tagen vom Fest. Wenn dieser Maschinen-Gun, ja, macht, was er eben so macht, dann weil er noch keinen richtigen Mann gefunden hat. Und wisst ihr was, Leute? Dieser Mann bin ich. Ich kann es kaum erwarten, endlich damit aufzuräumen. Endlich damit aufzuräumen mit diesen Anmärchen, die über ihn erzählt werden. Soh, wir fahren dann so. Soh! Ich kann es挺 vehrer. Soh! 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 Einen doppelten Tequila. Wie zwei Kugeln. Oh, Salvador. Mein Junge. Wie geht's, alter Mann? Du weißt nicht, wieso ich mich freue, dich zu sehen. Ich bin auch sehr froh, wieder zu Hause zu sein. Wenn das hier noch mal zu Hause ist. Zweifelst du daran? Das hier ist dein Zuhause und wird es bleiben, solange ich lebe. Passiere, was wolle. Sollen sie dich Maschinen-Gun nennen oder wie auch immer sie wollen. Für den alten Radia bleibst du immer mein Junge. Danke, alter Mann. Und nun sag mir, ist es ein Junge oder ein Mädchen? Ich weiß nicht. Wovon redest du? Wovon ich rede? Über mein Kind? Seit langem schon stelle ich mir jeden Tag die gleiche Frage. Ist es ein Junge oder ein Mädchen? Nun. Nun. Ich glaube, ein Junge. Wirklich? Ein Junge? Wie ist sein Name? Du bist verletzt. Nur ein Kratzer, nichts Ernstes. Aber sag mir, er heißt Salvador, nicht wahr? Weiß ich nicht. Komm schon, komm. Die Wunde muss versorgt werden. Sie kann sich entzünden. Los jetzt. Kein Zweifel, dass Salvador ein echter Mann ist, hä? Das gehört schon Mut dazu, hier aufzutauchen. Jetzt, wo das genau ein Jahr her ist. Und wo alle über Maschinen gern reden. Vielleicht hat ihn jemand gesehen und erzählt es jetzt rum. Und sie suchen ihn überall. Ich hau lieber ab. Ich auch. Sieht böse aus. Wann ist das passiert? Gegen Mittag. Das ist lange her. Ich konnte nirgendwo eine Pause machen. Die Söhne des Generals sind hinter mir hier. Das hatte ich vergessen. Sie wollten dich bei seiner Beerdigung töten. Aber ich dachte, sie hätten schon aufgegeben. Im Gegenteil, alter Mann. Der Hass macht sie blind. Sie haben nicht aufgehört, mich zu jagen. Sie konnten mich nur noch nicht fangen. Sind sie dir auf den Fersen? Sehr nah. Ich kann ihren Atem riechen. Du musst die Stadt verlassen. Und zwar sofort. Das hat noch Zeit. Du weißt von der lebenslangen Freundschaft zwischen den Carvajals und Silvanolasco. Was hat das mit dir zu tun? Denkst du, Silvanolasco schlägt sich auf deine Seite, nachdem du ihm seine Freundin weggenommen hast? Es ist besser, wenn du gehst. Andres und Beto werden spät kommen. Sie bleiben sicher bis zur Beerdigung. Wessen Beerdigung? Von Silvanolasco. Aber wie kann... Das war's doch nicht du. Die Verletzung ist von ihm. Gott bewahre, wie kann man nur so dumm sein? Ich wollte das nicht. Das Unglück, das mich seit einem Jahr verfolgt hat, hat mich zu seiner Ranch geführt. Du weißt, dass ich nicht wusste, wo sie war. Ich wusste nicht mal, in welche Richtung es ging. Silvanolausco fand heraus, dass ich dort war und verfolgte mich. Ich schwöre, ich habe alles getan, um nicht gegen ihn zu kämpfen. Ich habe ihn getötet, damit er mich nicht tötet. Beruhige dich. Ich glaube dir. Ich kenne dich gut und weiß, dass du nicht lügen kannst. Aber was ist mit den anderen? Wenn sie herausfinden, dass du in Santa Monica bist, werden sie nach dir suchen. Und sie werden dir nicht glauben. Ich will nur für einen kurzen Moment bleiben. Ich bin nur auf der Durchreise. Ich will alles wieder gut machen. Maria heiraten und sie und meinen Sohn mitnehmen. Na ja, du bist eine Schachtel voller Überraschungen. Willst also Maria mitnehmen? Ja, ich will so nicht weiterleben. Ich kann nicht ewig auf der Flucht bleiben. Und mein Leben im Austausch will das der anderen verteidigen. Das Dumme ist, dass Maria dich nicht sehen will. Das ist eine Lüge. Vergiss nicht, Junge, dass auch ich niemals lüge. Tut mir leid. Ich wollte dich nicht beleidigen. Aber sie muss es mir selbst sagen, damit ich es glaube. Ich werde zu ihr fahren. Maria ist nicht dort. Niemand weiß, wo sie hingegangen ist nach dem Tod ihres Vaters. Woher weißt du denn, dass sie mich nicht sehen will? Das hat Dr. Ornedo mir gesagt. Er ist der Einzige, der weiß, wo sie ist. Maria war sehr krank nach der Geburt. Er war da. Er besucht sie immer noch. Aber er hat niemandem, nicht einmal mir gesagt, wo sie ist. Die Dinge haben sich in der Zwischenzeit verändert. Dr. Ornedo ist jetzt Präsident der Gemeinde. Und der einäugige Venegas? Er wurde aus der Gemeinde geworfen, als sein Herr General Carajal starb. Er musste Santa Monica verlassen, um seine vielen offenen Rechnungen nicht bezahlen zu müssen. Wegen ihm bin ich weg. Ich wusste, er würde sofort auf mich losgehen. Ja. Dr. Ornedo hat hier schon sehr viel verändert in der kurzen Zeit, die er jetzt Präsident ist. Jetzt geht es ihr gerecht zu. Jetzt traut sich niemand mehr, das Gesetz zu brechen, weil er weiß, dass er nicht aus dem Gefängnis kommt. Das ist noch besser als gut. Ich werde ihn aufsuchen. Nein, warte. Warte. Du bringst ihn in Schwierigkeiten. Er wird dich verhaften müssen. Ich denke, es ist das Beste, wenn ich ihn aufsuche. Ich weiß, wo er sich um diese Zeit auffällt. Ich werde versuchen, ihn zu überreden, hierher zu kommen. Und später kannst du ihn vielleicht dazu bringen, dir zu sagen, wo Maria ist. Na los. Denk drüber nach. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Jeden Moment könnten Andres und Beto hier auftauchen und dann... Na schön. Hol den Doktor. Pajarito. Komm mal. Zahlen bitte. Was? Wollen Sie jetzt schon gehen? Ich will vor dem Abendessen nochmal über den Yamag gehen. Das werde ich jetzt auch tun. Meine Schicht ist rum. Schauen Sie, wer da kommt. Guten Tag, Doktor. Guten Tag. Wie geht's, Pajarito? Wie geht's? Kommst du wegen Pajarito oder wegen mir? Ich brauche den Arzt. Ist jemand krank? Nein. Also, ja, ja. Jemand ist krank. Wobei, krank ist er nicht. Was ist denn los? Nun, ähm... Darf ich Sie etwas fragen, bevor ich es erzähle? So viel du willst, Radia. Setz dich. Nimm einen Drink. Pajarito. Nein, danke, danke. Es ist sehr dringend und... Geheim. Ah, im übertragenen Sinne. Nein, Pajarito, ich mein's wörtlich. Ist schon okay. Ich bin die Diskretion in Person. Entschuldigen Sie mich. Also, diese Frage. Ich muss gestehen, dass ich etwas neugierig bin. Doktor, stimmt es, dass ein Arzt so etwas Ähnliches ist wie ein Priester? Nun ja, in manchen Fällen schon. Ich zum Beispiel würde ohne diesen Schnäuzer wie ein Priester aussehen. So wie manche Priester auch wie Ärzte aussehen. Das ist kein Witz, Doktor. Es geht um eine ernste Sache. Was ich von Ihnen wissen will, ist das Berufsgeheimnis für einen Arzt dasselbe wie für einen Priester, die Beichte? Ja, Radia. Für beide ist es heilig. Sie würden eher sterben, als zu verraten, was Sie in Ausübung dieses Privilegs erfahren haben. Ja, wenn das so ist, kann ich es Ihnen ja sagen. Es geht um einen Verwundeten. Er ist in meinem Haus. Gab es Streit? Ja, aber nicht in meinem Gasthaus. Auch nicht im Dorf. Also gut, ich werde nach ihm schauen. Danke, Doktor. Aber sag mir zuerst seinen Namen. Warten Sie, bis wir dort sind. Ich will es lieber jetzt wissen. Dir wird nichts passieren, weil es doch unter das Berufsgeheimnis fällt. Also in diesem Fall, es geht um Salvador Pérez Gómez. Maschinengang? Hast du etwa zugehört? Nein, Herr Radia. Hab nichts gehört. Du bist doch ein guter Freund von Salvador. Das bin ich. Hm. Nur und sein Leben liegt in deinen Händen, wenn du etwas sagst. Keine Sorge, Herr Radia. Ich schweige wie ein Grab. Ich habe nicht. Die gesamte Staatspolizei ist hinter ihm her. Und das verpflichtet mich. Vergiss nicht, dass ich der Präsident der Gemeinde bin. Und vergessen Sie nicht, dass Sie vor allem ein Arzt sind. Und als solchen habe ich es Ihnen verraten. Ich bin nicht hier, um Salvador zu verpfeifen, sondern um einen Fachmann um Hilfe zu bitten. Denn ich weiß, dass jeder andere ihn verraten würde. Bitte helfen Sie ihm, Doktor. Hm. Also gut. Ich gehe hin. Aber nur unter der Bedingung, dass er dann sofort das Dorf verlässt. Ja, ja, das habe ich ihm auch gesagt, aber... Ah, es gibt ein Aber. Ja. Ein sehr großes. Er wird es Ihnen selbst sagen. Ach, lasst es doch bleiben, ihr Trottel. Warum zieht ihr da drauf? Sie haben die Gewehre so eingestellt, dass man nicht treffen kann. Ich zeige euch, wie man sie zerbricht. Seht ihr, ihr Narren? So muss das klingen. Ich hole sie mir einfach, und zwar alle. Hey, Charasguerdo. Was? Hör auf, die Sachen der armen Frau kaputt zu machen. Lass sie in Frieden. Halt dich gefälligst raus, klar? Heb die Kugeln lieber für eine andere Gelegenheit auf. Du brauchst sie vielleicht bald. Ja, natürlich. Nämlich, um dich zu erschießen. Wer ich Maschinen kann, würdest du jetzt nicht so lachen. Tja, bist du aber nicht. Hey, Pararito? Obwohl, genauso feige wie er bist du ja. Salvador ist kein Feigling. Warum sagst du ihm das nicht selbst? Uh, jetzt habe ich aber Angst. Wirklich sehr schade, dass er nicht im Dorf ist. Uh, doch ist er. Er ist zurück. Er ist im Gasthaus von Radia. Das werden wir noch sehen, ne? Woher weißt du das überhaupt? Ich weiß gar nichts. Ich weiß gar nichts. Aber natürlich weißt du das. Ich zack es endlich oder steppe. Aber ich habe es nur gesagt, um dich zu erschrecken. Nur um dich zu erschrecken. Umi, wer sagt mir eigentlich, dass du mich gerade nicht anlügst? Nein, er ist nicht im Dorf. Hm. Ja, das können wir ja leicht rausfinden. Die Liebe stirbt er bekanntlich nie. Und wenn er wieder da ist, dann wirst du eben sehen, dass er bald zu Boden geht. Und zwar vor dem Revolver des Charasquion. Der große Maschinengang. Vier Tequilas. Aber dreifache. Aber gerne. Wie Kugeln. Doktor Ornedo. Es ist schön, Sie zu sehen. Ich bin als Arzt hier. Radia sagt, du bist verletzt. Wenn Sie deswegen hier sind, war es die Mühe nicht wert. Radia hat mich schon versorgt. Ich bin verpflichtet, mir das anzugucken. Gehen wir nach oben. Tu, was er sagt. Komm. Komm. Verzeih meine Unhöflichkeit. Ich kann dich nicht anders grüßen, wenn Zeugen dabei sind. Du bist ein Mann, nach dem gesucht wird. Und ich bekleide ein öffentliches Amt. Ich weiß, Sie sind die höchste Autorität hier in Santa Monica. Also kannst du das verstehen. Natürlich, Doktor. Keine Sorge. Obwohl ich sagen muss, dass es mich etwas verwundert hat. Jetzt kann ich dir ja sagen, dass ich mich sehr freue, dich wiederzusehen. Auch wenn du ein bisschen kaputt bist. Lass mich die Wunde sehen. Entschuldigen Sie, Doktor. Die Zeit ist knapp. Kommen wir besser zur Sache. Meine Wunde ist okay. Radia hat sich drum gekümmert. Verzeihen Sie die Konkurrenz, Doktor. Aber... Da haben Sie es. Das Aber, von dem ich Ihnen erzählt habe. Sag es ihm, Salvador. Ich muss zu Maria und meinem Sohn, Doktor. Man hat mir gesagt, dass Sie der Einzige sind, der weiß, wo Sie sind. Darum bin ich ja ja. Ja, die Verletzung, das Berufsgeheimnis, das Beichgeheimnis, die Priester, die Ärzte. Das war nur ein Vorwarn, um mich hierher zu bringen. Tut mir leid, Doktor. Nenn mich nicht Doktor. Ab diesem Moment bin ich nur noch der Gemeindepräsident von Santa Monica. Der diesen Mann verhaften lässt, weil er von der Polizei gesucht wird. Nein, das können Sie nicht machen. Nicht? Du wirst sehen, dass ich es kann. Ich lass mich nicht zum Nahen halten. Ich hab mich doch bei Ihnen entschuldigt. Ist mir egal. Ich akzeptiere es. Aber Sie sind immer noch an das Berufsgeheimnis gebunden. Welcher Beruf? Der eines Freundes, der verbindlicher ist als jeder andere. Sie sind als Arzt hierher gekommen, um diese Wunde zu heilen. Aber die, die ich in mir habe, ist schlimmer. Und die kann nur ein Freund, nur ein wahrer Freund kann helfen, sie zu heilen. Und Sie sind einer. Ja, das sind Sie. Als meine Eltern ermordet wurden und ich noch ein Kind war, allein auf dieser Welt, wer nahm mich auf, damit ich nicht auf der Straße lande? Sie. Wer hat Radia gefragt, ob ich in seinem Haus bleiben kann? Sie. Wer hat Tag und Nacht am Kopfteil meines Bettes gesessen, jedes Mal, wenn ich krank war? Und wer hat dafür gesorgt, dass es dem alten Radia und Mia nichts fehlte, wenn die Geschäfte schlecht liefen? Sie. Sie. Wer hat sich in meiner Abwesenheit um Maria gekümmert und geholfen, meinen Sohn zur Welt zu bringen? Ja, ich, ja. Hört auf, so mit mir zu reden. Ich bin ein Freund für euch beide. Für dich, Salvador, mehr als das. Ich habe dich schon als Kind geliebt, wie den Sohn, den ich immer wollte. Und das nicht, weil ich kein Zuhause hatte. Mein Beruf als Arzt hat mir keine Zeit gelassen für etwas anderes als die Versorgung meiner Patienten. Im Namen dieser Freundschaft bitte ich Sie. Mir zu sagen, wo Maria ist. Das kann ich dir nicht sagen. Ich möchte Sie heiraten und meinen Sohn kennenlernen. Maria liebt dich nicht mehr. Das ist nicht möglich. Sie hat mir ihre Liebe tausendmal geschworen. Das war bevor du ihren Vater getötet hast. Das war Selbstverteidigung. Maria weiß das ganz sicher. Maria weiß gar nichts. Sie wurde sehr krank, nachdem sie die Nachricht erhalten hatte. Und sie war am Rande des Todes, als das Baby kam. Sie weiß nur noch, dass ihr Vater von dir umgebracht wurde. Und wenn Sie sie gesehen haben, haben Sie es nicht erklärt? Nein. Und er sagt, er liebt mich wie einen Sohn. Ich habe dich geliebt und ich liebe dich. Gott allein weiß, wie sehr ich gelitten habe. Ich habe Maria nichts gesagt, weil sie mich nicht gelassen hat. Aber jetzt wird sie mich nicht mehr aufhalten. Ich gehe zu ihr und sie wird mir zuhören. Ich komme mit. Nein. Dort, wo ich hingehe, kannst du nicht rein. Es wäre auch gefährlich, auf der Straße gesehen zu werden. Du musst mir versprechen, dass du nicht weggehst, bevor ich zurückkomme. Ich verspreche es. Aber vergessen Sie nicht, ich verlasse Santa Monica nicht ohne Maria und meinen Sohn. Und wenn sie aber nicht mit dir gehen will? Sie soll es mir ins Gesicht sagen, vor meinem Sohn. Dann gehe ich allein. Dann da eilen Sie sich, Doktor. Andres und Beto, die Söhne des Generals, sind hinter Salvador her, um ihn zu töten. Und Sie werden schon bald in der Stadt sein. Ich brauche nicht lange. Na los, noch ein Bier, verdammt nochmal. Los, wird man hier auch bedient, in diesem Drecksladen? Herr Radia. Herr Radia. Was ist passiert, Pajarito? Nichts. Gar nichts. Von wegen nichts. Dein Gesicht sieht aus wie das vom Heiligen Christus. Charaschiado hat mich mit seinem Revolver geschlagen. Ah ja. Jetzt wird er eine Abreibung gekommen. Nein, nein. Lassen Sie. Das ist es nicht wert. Das Ding ist, das, das. Das, das, das. Du klingst wie eine kaputte Platte, Pajarito. Los. Jetzt sag schon, was ist los? Charaschiado weiß Bescheid. Er weiß, dass Salvador hier ist. Er weiß es. Und von wem? Wer hat es ihm gesagt? Ich, ich konnte nicht anders, als er mich geschlagen hat. Na los, noch ein Bier. Wie kannst du es wagen, mich zu ignorieren? Wisst ihr, mein Geld etwa nicht gut genug, hm? Ich bediene Respekt. Lass nur. Ich werde diesen Herrn so bedienen, wie er es verdient. Ja, der große Radea. Du weißt, wie man Leute behandelt, hm? Sicher, Charaschiado. So, und jetzt verschwindest du auf der Stelle. Hm. Du wirst mir jetzt sofort ein Bier servieren, ist das klar? Und außerdem, wirst du mir sagen, wo Maschinen Gun ist. Oder du stirbst. Gib mir jetzt endlich das Bier. Na geht doch, das gefällt mir schon besser. Und jetzt, wirst du mir gefälligst sagen, wo Maschinen Gun ist. Ich kenne niemanden mit diesem Namen. Ah, wirklich? Na, das nenn ich mal lustig. Er sagt, er kennt Maschinen Gun überhaupt nicht. So, jetzt ist Schluss mit dem Spaß. Wo ist er? Hier. Na? Glas, ist es nicht wert? Lass mich, alter Mann. Salvador Perez Gomez, alias Maschinen Gun. Zu deinen Diensten, Charaschiado. Du schaffst es ja gar nicht, selber anzufangen, wa? Du hast recht. Ich weiß, du bist sehr tapfer. Also, du zweifelst nicht? Keine Zweifel. Über dich wird ja viel erzählt. Wirklich? Wusste ich nicht. Ach, wahrscheinlich einfach nur irgendwelche Hirngespinste. Mutig siehst du jedenfalls nicht aus. Nein, tue ich nicht. Na, und was jetzt? Hast du Lust auf einen Schluck Bier hier? Geht auf mich. Wenn du auch nur einen Finger rührst, erschieße ich dich. Kindskopf. Schade um deine Hose. Du bist nicht alt genug, um sie zu tragen. Wenn du ein Mann wärst, wärst du jetzt tot. Aber da du nur ein feiges, tyrannisches Kind bist, hast du das hier verdient. Gasthäuser sind nichts für Babys. Das ist nichts für Babys. Doktor, ich dachte schon, sie hätten uns vergessen. Du weißt, dass ich lange nicht gekommen bin, weil ich so viel zu tun habe. Und vor allem, weil du mich nicht brauchst. Ich lasse euch besser allein, damit ihr in Ruhe reden könnt. Nein, Schwester Angus Diaz. Ich bitte, sie zu bleiben. Ihr solltet hören, was ich Maria sagen werde. Wie sie wünschen. Wir haben keine Zeit für Erklärungen. Es handelt sich um eine ernste Angelegenheit, denn es geht um das Leben eines Mannes. Ich verstehe nicht, Doktor. Er ist im Dorf. Salvador. Und was soll ich mit diesem Mann zu tun haben? Dieser Mann schwebt in Lebensgefahr, wenn er Santa Monica nicht sofort verlässt. Dann sollte er gehen. Entschuldigt, Schwester Angus Diaz. Hochmut ist eine schwere Sünde, Maria. Vergeben Sie mir. Salvador wird die Stadt nicht verlassen, bevor er mit dir gesprochen hat. Ich weiß nicht, worüber wir reden sollten. Nein, ganz im Gegenteil. Er ist zurückgekommen, um dich zu heiraten und seinen Sohn kennenzulernen. Er fragt mit solcher Begeisterung nach ihm, dass nicht einmal Radia den Mut hatte, es ihm zu sagen. Also musst du es ihm sagen. Es ist deine Pflicht, ihm alles zu erzählen. Haben Sie vergessen, worum ich Sie bat? Nicht mehr mit mir über diesen Mann zu reden. Nein, ich habe es nicht vergessen. Aber es ist wirklich wichtig, dass du weißt... Ich will nichts davon hören. Ganz egal, was es ist. Maria, auf diese Art spricht keine gute Christin, die darüber hinaus unseren Herrn heiraten möchte. Er lehrt uns, dass wir, wenn jemand in Gefahr ist, unser Leben opfern müssen, wenn nötig. Er hat meinen Vater ermordet. Und selbst dann? Dein Vater hat Salvador provoziert, ihn zu töten. Das ist nicht wahr. Salvador hat sich nur verteidigt. Das ist nicht wahr, es ist nicht wahr. Du bist ungerecht gegenüber Salvador. Maria. Ich habe ihm schon alles verziehen, was er mir angetan hat. Und was dein Vater ihm angetan hat. Er hat ihn in ein Leben voller Angst und Gefahr gestürzt. Und jetzt du. Weißt du, was hier los ist? Andres und Beto, die ihn verfolgen, um ihn zu töten, werden bald in der Stadt sein. Heilige Maria, gebenedeit seist du. Meine Brüder? Ja, deshalb muss Salvador ja auch so schnell wie möglich aus Santa Monica verschwinden. Aber er will nicht gehen, bevor er mit dir spricht. Er glaubt uns nicht, wenn wir ihm sagen, dass du ihn nicht sehen willst. Aber ich will es nicht. Aber du liebst ihn doch noch, oder? Für mich gibt es jetzt nur noch die göttliche Liebe. Aber ich will mich so schnell wie möglich dazu bekennen. Maria, mach nicht den Fehler, dich von der Welt abzuwenden, wenn du dich nicht berufen fühlst. Besonders, wenn es in deinem Herzen noch Zweifel gibt in Bezug auf Salvador. Ich werde beten, dass Gott ihm verzeiht. Denn die Menschen werden es nicht tun. Ja, dank der Familie Carvajal. Erst der Vater, dann die Söhne und jetzt die Tochter. Nein, seien Sie still, um Himmels Willen. Nein, werde ich nicht. Erst tat ich es aus Freundschaft. Aber jetzt kann ich nicht mehr schweigen. Erzählen Sie schon. Marias Krankheit führte dazu, dass das Kind zu früh geboren wurde. Ein paar Tage später starb es. Mein Sohn? Tod. Ja, man konnte nichts mehr tun. Verzeih mir, Salvador, dass ich es dir nicht gesagt habe, als du mich gefragt hast. Aber mir fehlte der Mut, dir die schlechte Nachricht zu überbringen. Ich dachte, Maria würde es dir sagen, wenn sie mit dir spricht. So wäre es weniger schmerzhaft. Aber sie will dich nicht mehr sehen. Das werden wir ja sehen. Warum bestehst du darauf, wenn nichts mehr zwischen euch ist? Nichts. Und unsere Liebe? Es ist nur deine. Denn ihre, wenn du gehört hättest, wie sie über dich spricht, es ist besser, du vergisst sie. Es ist ausgeschlossen. Sagen Sie mir ein für alle Mal, wo sie ist. Es ist spät. Dort, wo sie lebt, kommst du um diese Zeit nicht mehr rein. Wo ist sie denn? Im Kloster de la Cruz. In einem Kloster? Da wurde sie hingebracht, als ihr Vater starb. Also ist sie jetzt deine Nonne? Noch nicht. Aber sie will schon bald ihr Gelübde ablegen. Das Gelübde? Dann ist es ja kein Wunder, dass niemand von ihr wusste. Sie war dort sehr gut versteckt. Sie müssen mich schon umbringen, damit ich nicht mit dir rede. Sei kein Narr, Salvador. Du solltest die Stadt sofort verlassen. Ich werde nicht gehen, ohne vorher Maria gesehen zu haben. Ich werde nicht mit ihm sein. Ich werde nicht mit ihm sein. No hay amor como su amor Tiene la miel de las flores y del cariño el calor Yo soy mexicano Cuando un mexicano quiere se olvida hasta del dolor Y si es precisa se muere nomás pensando en su amor Yo soy mexicano Así es mi amor, amor del bueno Con él me lleno, con él se llena mi corazón Así es mi amor, amor del bueno Con él me lleno, con él se llena mi corazón Así es mi amor, así lo quiero Amor sincero, amor del bueno Así es mi querer Ave Maria, die Reinste Guten Abend Was wollen Sie? Ich möchte die Novizin Maria Kavachal sehen Es ist keine Besuchszeit mehr Ich muss Sie sofort sehen Das ist nicht möglich, kommen Sie morgen wieder Es ist sehr dringend Es tut mir leid, aber das geht nicht Die ganze Gemeinde ist beim Rosenkranz Treue Jungfrau Es ist für uns Spiegel der Gerechtigkeit Es ist für uns Christin der Ewigen Weisheit Es ist für uns Gefäß der wahren Hingabe Es ist für uns Mystische Rosa Es ist für uns Turm von David Es ist für uns Turm von Martin Es ist für uns Haus aus Gold Es ist für uns Lade des Bundes Es ist für uns Tor des Himmels Es ist für uns Stern des Morgens Es ist für uns Gesundheit der Kranken Es ist für uns Zuflucht der Sünder Es ist für uns Tröster der Bedrängten Es ist für uns Hilfe der Christen Es ist für uns Lamm Gottes, denn du nimmst hinweg die Sünde der Welt Maria Lamm Gottes, denn du nimmst hinweg die Sünde der Welt Der Herr sei uns gnädig Lamm Gottes, denn du nimmst hinweg die Sünde der Welt Lamm Gottes, denn du nimmst hinweg die Sünde der Welt Erbarme dich unser Lamm Gottes, denn du nimmst hinweg die Sünde der Welt Erbarme dich unser Bitte für uns O heilige Mutter Gottes Dass wir würdig werden Der Verheißungen Unseres Jesu Christi Amen Amen Maria, ich muss mit dir reden Hör mir zu, bitte Nur eine Minute Maria, hör mir zu Dies ist ein Haus Gottes Die Ruhe zu stören ist eine Sünde Verzeihen Sie mir, Schwester Ich will nur zur Novizin Maria Kavachal Dies ist kein guter Moment Kommen Sie morgen zur Besuchszeit wieder Dann können Sie sie sehen Morgen ist es zu spät Sie werden doch die Pläne des Allmächtigen kennen Er allein weiß, wann es zu früh oder zu spät ist Aber ich gehe nicht, ohne Sie zu sehen Beruhigen Sie sich Sie sind sehr aufgewühlt Es ist besser, Sie gehen, bevor Gott Sie bestraft Warum sollte er mich bestrafen Wofür? Ich gehe nicht, ohne Sie schützt Ich gehe nicht, ohne Sie zu spät Ich gehe nicht, ohne Sie zu spät Musik 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 Dicen que soy hombre malo, malo y mal averiguado. Dicen que soy hombre malo, malo y mal averiguado. Porque me comí un durazno, porque me comí un durazno, porque me comí un durazno de corazón colorado. Guadalajara en un guirano, México en una laguna. Guadalajara en un guirano, México en una laguna. Me dejó ver esa tuna, me dejó ver esa tuna, me dejó ver esa tuna, aunque me estime la mano. Es es besser, wenn Sie dein Schluchzen nicht hören. Du klingst mehr wie eine verlassene Braut als eine, die sich schon bald mit unserem Herrn verloben wird. Verzeih, Schwester Angustias, aber ich konnte nicht anders. Ich weiß. Deshalb bin ich hier, um mit dir zu sprechen. Ich mache mir Sorgen um dich. Es war falsch, Dr. Ornedo, die Hilfe zu verweigern. Und die er bat, um einen Mann zu retten, der Teil deines Lebens war. Er ist es nicht mehr. Das ist der Zweifel, den ich habe, Maria. Das müsst ihr nicht, Schwester Angustias. Für mich existiert er nicht mehr. Aber er könnte sterben durch die Hände deiner Brüder. Nein! Oder deine Brüder sterben durch seine. Nein, niemals. Warum hast du dann nicht getan, worum Dr. Ornedo dich bat, um Salvador von hier wegzubringen? Ich weiß nicht. Der junge Mann, der gerade in der Kirche geschrien hat, das war er, oder? Ja. Und warum wolltest du nicht mit ihm reden? Ich sage es dir. Weil du ihn tief in dir immer noch liebst und Angst hast, es zuzugeben. Du hast Angst, die Realität zu akzeptieren. Das ist Feigheit. Und jeder Christ sollte mutig sein und sich der Wahrheit stellen. Nun, es ist schon spät. Ruh dich aus. Morgen werden wir eine Entscheidung treffen. Solange deine Gefühle noch so verwirrt sind und deine Seele das Licht nicht sieht, darfst und kannst du dich nicht bekennen. Mein Verhalten gegenüber dem jungen Mann in der Kirche war auch nicht sehr christlich. Vergib mir, Herr, dass ich es nicht verstanden habe. Heilige Mutter Gottes, wohin gehen Sie? Ihr wisst wohin. Mit Maria spricht. Sprechen Sie leise. Es wäre schrecklich, wenn die Novizinnen Sie hören oder merken würden, dass Sie um diese Zeit hier sind. Dann lasst mich rein, damit ich die Sache klären kann. Vorher müssen Sie mich umbringen. So wie Sie schon andere getötet haben sollen. Ich bin kein Verbrecher. Und auch kein Gentleman. Auch eine Nonne ist eine Lady. Und das Erste, was ein Gentleman in ihrer Anwesenheit tun sollte, ist, den Hut abzunehmen. Verzeihung. Und am allerwenigsten sind Sie ein Christ. Doch, das bin ich. Und so zeigen Sie das. Mit einem Skandal in einer Kirche wie vorhin? Oder in dem Sie ein Kloster überfallen? Haben Sie eine Vorstellung davon, wie sehr Sie Gott mit diesem Verhalten beleidigen? Er wird mir vergeben, was ich tue. Gott kann nicht zulassen, dass ein Zaun, ein Garten oder ein Kloster wichtiger sind als das Leben eines Menschen. Und es hängen mehrere Leben davon ab, dass ich mit Maria spreche. Sie hätten einen anderen Weg wählen können. Es ist der einzige, der mir geblieben ist. Warum warten Sie nicht bis morgen? Dann ist es schon zu spät. Ich muss jetzt mit ihr reden. Koste es, was es wolle. Koste es, was es wolle? Ja. Wissen Sie, wozu ein verliebter Mann in der Lage ist? Ja, das weiß ich. Bevor ich ins Kloster ging, lebte ich in dieser Welt. Wenn das so ist, lassen Sie mich zu ihr. Ich flehe Sie an. Nein, das ist unmöglich in Ihrer Zelle. Das wäre eine Sünde. Ich treffe Sie, wo immer Sie wollen. Ich weiß nicht, ob ich richtig oder falsch handle. Eben noch habe ich den Herrn um Vergebung gebeten, weil ich sie Maria nicht sehen ließ. Jetzt bete ich ihn um Vergebung, weil ich sie zu ihr lasse. Aber es muss in seiner Gegenwart geschehen. Mit ihm als meinen Zeugen. Das ist die Wahrheit. Ich schwöre es dir im Angesicht des gekreuzigten Jesus. Schwöre es nicht. Ich glaube dir. Ich muss es tun, um weiterleben zu können. Aber verstehe bitte, dass ich nicht anders denken konnte. Du bist plötzlich von hier weggelaufen und als wir von dir hörten, mussten wir feststellen, dass du immer noch tötest. Immer in Selbstverteidigung? Du hättest es nicht tun müssen, wenn du dich von Anfang an dem Gesetz gestellt hättest. Ich konnte nicht. Du weißt, dass Tuerto Venegas der frühere Präsident ein Schütze war, der von deinem Vater bezahlt wurde. Er hätte mich getötet, ohne mir eine Chance auf einen Prozess zu geben. Aber jetzt ist es Dr. Ornedo. Er wird dir einen fairen Prozess machen. Du musst dich stellen. Denkst du, ich könnte weiter weglaufen? Hätte ich gewusst, wie es ist zu flüchten? Immer zu flüchten? Hätte ich mich gestellt, auch wenn ich dann sterbe. Oder ich hätte mich von deinem Vater töten lassen, ohne mich zu verteidigen. Also, willst du sagen, du wirst dich stellen? Es hinkt von dir ab. Von mir? Ja. Ich kann es nicht tun, ohne zu wissen, was du machst. Sag mir, willst du Nonne werden? Nein, wenn du dich stellst. Ich werde hier auf dich warten, solange es dauern mag. Bis du zurückkehrst, um mich zu heiraten, dann gehen wir ganz weit weg. Um ein neues Leben zu beginnen. Also, liebst du mich doch? Mehr, als ich sagen kann. Ich stelle mich. Danke, Herr, dass du mich hast verstehen lassen. Salvador ist hier. Wir haben nach dir gesucht. Wir haben dein Pferd gesehen. Die Söhne von General Karl Wachal sind hier in der Stadt. Ich sah sie kommen und habe sofort dem Doktor Bescheid gesagt. Sie fragen nach dir. Du musst fliegen, Salvador. Es ist sinnlos, darauf zu bestehen, Maria zu sehen. Ich habe schon mit ihr gesprochen. Und ich renne nicht weg. Aber, Salvador, Andres und Beto werden dich finden. Und dann hast du zwei weitere Tote auf dem Gewissen. Oder willst du dich umbringen lassen? Weder das eine noch das andere. Ich werde mich stellen. Bist du verrückt, Salvador? Wenn du dich stellst, wirst du sterben. Die Söhne des Generals und ihre Leute werden die ganze Stadt gegen dich aufbringen. Sie werden das Gefängnis stürmen und dich hängen. Die Polizei wird mich beschützen. Welche Polizei denn? In Santa Monica haben wir nicht genügend Männer, um alle aufhalten zu können, die dort vielleicht auftauchen. Ich gehe das Risiko ein. Ich habe Maria versprochen, mich zu stellen. Es gibt einen Weg, das Versprechen einzuhalten, ohne dieses Risiko. Welchen? Sagen Sie es uns. Anstatt dich hier zu stellen, stell dich in Guadalajara. Die Justiz ist überall die gleiche. Und dort können sie dich beschützen. Das stimmt. Aber das wäre, als würde ich aus der Stadt fliehen. Ja, und? Sie bekommen wirklich schon genug Ärger, wenn die Behörden herausfinden, was sie alles für mich tun. Und stellen Sie sich vor, was los ist, wenn Sie wissen, dass Sie Maschinen gern haben laufen lassen. Mach dir darüber keine Sorgen, Salvador. Egal, ob du dich stellst oder nicht, ich habe schon beschlossen, als Gemeindepräsident zurückzutreten. Und ich werde die Strafe ohne Widerworte akzeptieren. Das alles ist es mir wert, wenn du dich in Sicherheit bringen kannst. Ich akzeptiere auch alles, was es auch sei. Solange du nur so schnell wie möglich das Dorf verlässt. Ja, Mann. Mach es für uns. In Ordnung. Ich stelle mich in Guadalajara. In Ordnung. Danke für alles, Doktor. Mach's gut, Pajarito. Bis bald, alter Mann. Bis bald, mein Junge. Für einen Maschinengun gibt es auch immer einen Scharraschiado. Du feiger Mörder. Ich sollte dich wie einen Hund töten. Aber das wäre zu gut für dich. Du wirst die Strafe bekommen, die du verdienst. Und wenn es das Letzte ist, was ich als Präsident tun werde, in diesem Dorf. Ich werde nicht aufhören, bis du hängst. Vergib mir, Maria. Vergib mir das Unrecht, das ich dir antat. Obwohl, obwohl ich doch nur das Beste für dich wollte. Sag nichts, mein Schatz. Sag nichts. Sag nichts. Sag nichts, mein Scharraschiado. Sag nichts, mein Scharraschiado. Er flüchtet. Halte den auf. Nein, Doktor. Lassen Sie ihn gehen. Er läuft weg, wie ich es tat. Von nun an kann er nichts anderes tun, als rennen und töten. Ja, töten und flüchten. Das Gesetz in die eigenen Hände zu nehmen, hat einen sehr hohen Preis. Im Namen unseres Herrn. Im Namen des Andenkens an unseren Vater. Geh zur Seite, Maria. Nein, tötet ihn nicht. Dieses Mal wird er uns nicht entkommen. Es ist sinnlos, Brüder. Der Wille Gottes steht über dem Willen der Menschen. Und er hat dafür gesorgt, dass er einer furchtbaren Rache für immer entgeht. Es ist sinnlos, Brüder. Untertitelung des ZDF, 2020